Ich bin Katja und ich bin 45 Jahre alt. Nach der obligatorischen Schulzeit absolvierte ich eine Lehre als Chemielaborantin, heute Laborantin EFZ, Fachrichtung Chemie. Anschließend habe ich viele Jahre auf dem Beruf gearbeitet und berufsbegleitend die höhere Fachprüfung zur naturwissenschaftlichen Labortechnikerin abgeschlossen. Anschließend habe ich viele Jahre auf dem Beruf gearbeitet und berufsbegleitend die höhere Fachprüfung zur naturwissenschaftlichen Labortechnikerin abgeschlossen. Während meiner Tätigkeit als Chemielaborantin durfte ich Untersuchungen mit Mikroorganismen durchführen, welche schädliche Stoffe im Abwasser abbauen. Dies faszinierte mich sehr und mir wurde klar, dass ich eines Tages selbst eine Abwasserreinigungsanlage führen möchte. So entschloss ich mich, den Vorbereitungskurs für die Berufsprüfung Klärfachfrau zu besuchen und arbeitete gleichzeitig in einem Klärwerk. Die Berufsprüfung öffnete mir die Türen und ich erhielt die Möglichkeit, eine ARR als Betriebsleiterin zu führen. Ich habe meinen Traumberuf gefunden. Vor kurzem habe ich von unserem Berufsverband die Gelegenheit erhalten, im Rahmen von Weiterbildungsveranstaltungen als Referentin mein Know-how und meine Erfahrungen weiterzugeben. Auch das macht echt Spaß.